Der A3-Problemlösungsbogen oder auch kurz A3-Report bezeichnet, wird immer im Zusammenhang mit KVP, Kaizen, Shopfloor-Management oder dem Gemba-Walk genannt. In diesem Video werde ich jetzt nicht den ganzen A3-Report durchkauen, denn dazu gibt es bei YouTube ganz, ganz viele tolle Videos, wo der im Einzelnen nochmal vorgestellt wird. Sondern ich gebe in diesem Video praktische Tipps für die Arbeit mit dem A3-Report, um den maximalen Erfolg rauszuholen. So vermeiden Sie Frust und viele Fallstricke, die gerade am Anfang übersehen werden. Also, los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Der A3-Report heißt A3-Report, weil alle wichtigen Themen zur Problemlösung auf eine A3-Seite passen. Ein schönes Beispiel habe ich auf der Seite quality.de gefunden. Den Link zu diesem A3-Report und zu diesem Beispiel finden Sie in der Videobeschreibung. Und damit sind wir schon beim ersten Praxistrip. Wenn Sie nicht alles auf eine A3-Seite bekommen, dann ist Ihr Problem, das Sie lösen wollen, nicht richtig zerlegt und damit zu groß bzw. zu komplex für den A3-Report. Viele Unternehmen, die ich beraten habe, hatten anfangs große Probleme mit dem A3-Report, weil die Probleme immer zu groß waren. Der Appetit und der Lösungshunger waren immer größer als das Team, der betroffenen Mitarbeiter oder die verantwortliche Führungskraft wirklich verdauen konnten. Eine Problemstellung wie, wir müssen den Ausschuss um 5% senken, ist keine geeignete Problemstellung für den A3-Report. Diese Schritte sind einfach zu groß. Der A3-Report orientiert sich ja an dem Toyota-Produktionssystem und kommt letztendlich daher, dass man in kleinen Schritten, aber dafür kontinuierlich sich verbessert und nicht immer den großen Hub macht. Auf der anderen Seite sollten Sie natürlich auch tunlichst vermeiden, Ihre Mitarbeiter mit dem Ausfüllen des A3s zu beschäftigen, wenn die Lösung für ein Problem offensichtlich ist. Wenn also so klar ist, dann stellen Sie es doch bitte einfach ab, ohne A3-Dokumentation. Dazu vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ein Kabel eine Stolperfalle ist, dann verlegen Sie es entweder anders oder decken Sie es mit so einem Kabeltunnel sicher ab. Machen Sie aber für solche Fälle doch einfach eine Tabelle mit vier Spalten. Also erstens, wo Sie das Problem reinschreiben, zum Beispiel Kabel könnte Stolperfalle sein. Zweitens die Lösung, Kabelkanal. Drittes Umsetzungsdatum. Und viertens Namensumsetzer fertig. Damit haben Sie das relativ einfach, diese kleinen offensichtlichen Probleme gelöst. Und Sie haben auch eine gewisse Dokumentation dafür, was da eigentlich alles passiert ist. Aber zurück zum häufigeren Fall, dass die Probleme zu groß und zu schwierig sind. Wie geht man also dann dabei vor? Als erstes formuliert man mal eine klare und definierte Herausforderung. Und eine solche beginnt immer mit dem Satz, wäre es nicht schön, wenn. In meinem konkreten Beispiel würde der Satz mit, wäre es nicht schön, wenn wir den Ausschuss um 5% senken könnten, beginnen. Aber auch das reicht jetzt noch nicht aus, weil erstmal völlig unklar ist, was eigentlich gemeint ist. Den Ausschuss des gesamten Werkes, den an einer speziellen Maschine, den an einem Produkt, von einem besonderen Produkt vielleicht. Oder was soll denn eigentlich wirklich gesenkt werden? Und eine gute Herausforderung wäre damit, wäre es nicht schön, wenn wir den Ausschuss an der Hobelmaschine 4 innerhalb der nächsten 3 Monate von derzeit 2,7% auf 2,5% senken könnten. Um damit ressourcenschonender und nachhaltiger zu produzieren, sowie die Kosten für das Unternehmen zu senken. Damit ist klar, was erreicht werden soll und vor allem auch, warum das erreicht werden soll, warum es ein Problem ist mit dem Ausschuss zum Beispiel. Folgende Daten sind es in meinem Beispiel verfügbar. Es werden 1000 Stücke gehobelt. Davon sind 973 Gutteile und 27 Teile während des Ausschusses. Also derzeit 2,7% Ausschuss. Um auf die geforderten 2,5% Ausschuss zu kommen, gäbe es folgende Möglichkeiten. Erstens, bei 1000 gehobelten Stücken den Ausschuss auf 25 Stück zu senken. Das wäre eine Möglichkeit, dann wären wir bei diesen 2,5%. Bei 27% Ausschuss, also so die Menge, wie wir es jetzt haben, müssten 1055 Gutteile gehobelt werden. Also die Bearbeitemenge müsste auf 1082 Stück steigern. Die dritte Möglichkeit, bei nur noch 468 gehobelten Gutteilen sind nur noch 12% Ausschuss zu produzieren. Warum erkläre ich das jetzt so ausführlich in diesem Video zum A3-Formular, wo es doch eigentlich um dieses Platz selber vielleicht mitgeht? Weil es bei den drei eben genannten Möglichkeiten völlig andere Hindernisse und damit Probleme für den A3-Bogen ergeben. Und diese Hindernisse sowie die dazugehörige Herausforderung gehören eben auf die Shopfloortafel. In dem Bereich Verbesserung. Sie wissen ja, die haben ja diese drei Bereiche, zum Beispiel die Kennzahlen zur Arbeitssicherheit und zur Termintreue und Ähnliches. Und sie haben aber auch den Bereich eben für die kontinuierliche Verbesserung. Und zum Thema Shopfloormanagement empfehle ich hier noch Ihnen diese Videos. Schauen Sie mal im Moment rein. Ich habe da einige aufgenommen, wo das Thema Shopfloormanagement Stück für Stück aufgedrüsselt und erläutert wird. Das lohnt sich also wirklich. Was ist so unschließend in meinem Beispiel? Warum habe ich das jetzt so gebracht? Einmal ändert sich die Maschinenlaufgeschwindigkeit nicht. Also wir bleiben bei tausend produzierten Stücken. Aber es muss besser gehobelt werden. Und einmal wird die Maschinenlaufgeschwindigkeit deutlich gesteigert und einmal wird sie deutlich reduziert. Jetzt muss man also wissen, dass neben anderen Faktoren wie der bearbeiteten Holzart, die verwendeten Messer und die Maschinenlaufgeschwindigkeit beim Hobel einen deutlichen Einfluss auf den Ausschuss haben. Also je schneller die Maschine läuft bei dem Hobel, desto höher werden die Ausschussraten. Es könnte also sein, dass durch die Reduktion der Laufgeschwindigkeit des Hobels alleine schon der Ausschuss sinkt. Ohne irgendeine Verbesserung. Allerdings natürlich zum Preis eines deutlich geringeren Ausstoßes, der dann damit vermutlich längere Durchlaufzeiten für die Aufträge zur Folge hat. Also damit wird der Hobel plötzlich zum Engpass. Das Beispiel, was ich jetzt bringe, ist angelehnt an wirklich einen Fall, den ich eben in einem Kundenunternehmen kennengelernt habe. Das war ein holzverarbeitender Betrieb. Da war nämlich genau dieses Problem. Wenn man also jetzt den Hobel schneller laufen lässt, dann wird der Ausschuss vermutlich sich auch noch erhöhen. Also startet man mit den gleichen Bedingungen, also in meinem Beispiel eben die tausend gehobelten Stücken und analysiert wirklich jetzt genau sein Problem. Und jetzt, genau jetzt sind wir an dem Punkt, an dem das A3 so unglaublich hilfreich ist, weil sie eben strukturiert durch die Problemanalyse geführt werden. Man startet also wirklich ganz, ganz systematisch mit der Problemanalyse mit dem A3-Blatt. Und da ist jetzt wieder die Verbindung eben zwischen Herausforderung, was wollen wir erreichen, Hindernisse, was hält uns davon ab, dass wir unser Ziel erreichen und jetzt eben das Wegräumen der einzelnen Hindernisse durch den A3-Problemlösungsbogen. Was ist das Objekt, also eine Anlage, eine Maschine oder ein Produkt, an dem das Problem auftritt? Das steht schon als erste Frage mit auf dem A3-Bogen mit drauf. Und gleich vor allem auch die Gegenfrage, an welchen ähnlichen Objekten könnte das Problem auftreten, tut es aber nicht. Das ist ganz wichtig, dass Sie immer für die ganzen Fragen zur Problemeingrenzung und zur Problemanalyse immer die dazu passende Gegenfrage stellen. Stellen Sie sich also vor, Sie haben jetzt zwei identische Hobel. Der eine hat das Ausschussproblem, der andere nicht, obwohl vielleicht die gleichen Messer verwendet werden und vielleicht sogar das gleiche Holz verarbeitet wird. Also dann müsste man genau aussuchen, warum haben wir nur bei einem Hobel das Problem und beim anderen eben weniger. Was ist der Defekt, ist wirklich genau. Und was für andere Defekte hätten auftreten können, sind es aber nicht. Zum Beispiel ist eine Stelle an dem Holz, was zu bearbeiten war, in dem Hobel zu rau, aber es wurden zum Beispiel keine Äste ausgerissen. Es hätte ja auch anders sein können. Wo wurde denn die Störung beobachtet? Ist es im Hobel an der Halle 3, aber nicht im Hobel an der Halle 1 zum Beispiel? Sie merken schon, diese Gegenfragen sind enorm wichtig, um das Problem genau zu fassen. Und da müssen Sie sich wirklich dazu zwingen, möglichst akkurat zu arbeiten, sich die Zeit zu nehmen, dieses Problem wirklich immer genau einzugrenzen. Weitere Fragen zur Problemanalyse sind jetzt, wo ist denn der Defekt am Objekt und wo ist er eben nicht? Wann wurde der Defekt zuerst beobachtet? Wann hätte man den Defekt beobachten können, hat es aber trotz Prüfung eben nicht gesehen oder nicht beobachtet? Wann außerdem noch im Sinne eines Rhythmus oder eines Verlaufs, also gibt es da vielleicht bestimmte Muster, die man erkennen können? Welcher Verlauf hätte denn auftreten können, ist aber nicht aufgetreten. Wann im Lebenszyklus eines Objekts tritt denn der Fehler auf, zum Beispiel direkt nach dem Hobeln oder eben für erst nach dem weiteren Bearbeitungsschritt, zum Beispiel nach dem Lackieren, stellt man fest, dass das Hobeln nicht gepasst hat, weil Sie die Haare alle aufstellen. Und wann ist das eben nicht der Fall? Welche Tendenz hätte man denn erkennen können oder wurde denn beobachtet? Und welche Tendenz ist denn nicht beobachtet worden, obwohl man sie vielleicht hätte beobachten können? Also ist dann eben nicht eine Tendenz eingetreten. Worin unterscheidet sich denn das Problem von der Abgrenzung, also was eben nicht das Problem ist? Und da haben Sie eben genau diese zwei Dinge. Einmal die Problembeschreibung und einmal eine klare Beschreibung, was das Problem eben nicht ist. Und im Vergleich zwischen der Problembeschreibung und was das Problem nicht ist, bekommen Sie ganz, ganz wertvolle Einsichten, die Ihnen dann später helfen, dieses Problem zu lösen. Was wurde denn im Zusammenhang mit dem Problem geändert, ausgewechselt, hinzugefügt, verbessert, ersetzt, repariert, entfernt, gewartet oder erneuert? Und was ist das und wie ist der zeitliche Zusammenhang mit der Entdeckung des Problems? Also könnte es zum Beispiel sein, dass nach einer bestimmten Wartung eine Maschine auf einmal danach im Betrieb ein Problem auftritt. Wenn Sie alle diese Fragen nur im Kopf behalten wollten, dann werden Sie vermutlich das ganz, ganz lange auswendig lernen müssen und dann doch eben die ein oder andere vergessen. Und deswegen hilft eben genau dieses A3-Problemlösungsblatt. Und Sie gehen diese Fragen eben damals systematisch durch und Sie vergessen keine. Wenn Sie jetzt Ihr Problem exakt beschrieben haben, dann schließt sich üblicherweise eine Analyse mit dem Ishikawa-Diagramm an. Das wäre es eben hier unten in dem Bereich eben dieses Fischgräten-Diagramm. Für alle, die jetzt Ishikawa oder auch das Fischgräten-Diagramm nicht kennen, finden Sie noch ein entsprechendes Video hier oben zum Einstieg. Da können Sie aber mal reinschauen. Hier Ishikawa und Fischgräten-Diagramm habe ich damit nochmal genau erklärt. Und hier auch wieder ein Praxistrip. Das Ishikawa-Diagramm zeigt Ihnen nicht die Lösung, sondern es ist ein ganz prima Werkzeug, um eine Vermutung, was es denn sein könnte, mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit aufzustellen. Also Sie bilden eine Hypothese. Und diese Hypothese muss durch eine Maßnahme, also ein Experiment, die Sie durchführen, erst in seiner Wirksamkeit bestätigt werden. Und damit sind wir wieder beim nächsten Praxistrip zum A3-Formular. Wenn Sie vorher keine Messung und keine quantitative Problembeschreibung durchgeführt haben, dann können Sie auch nicht den Beweis der Wirksamkeit Ihrer Maßnahme durchführen. Dann war Ihre ganze Mühe für die Katz, weil eine Problemlösung nur dann zählt, wenn die Wirksamkeit anhand von Kennzahlen bewiesen werden kann. Gut, wenn Sie den Beweis haben, dass Ihre Maßnahme wirksam war, dann gibt Ihnen das A3-Formular Folgemaßnahmen vor, mit denen Sie die Wirksamkeit dauerhaft verankern können. Weil was hilft es denn, wenn jetzt der eine Mitarbeiter an der einen Maschine in der einen Schicht genau weiß, was zu tun ist, aber die anderen wissen es eben alle nicht. Das können dann eben zum Beispiel Schulungen sein, veränderte Standards und Arbeitsanweisungen, geänderte Prozesse, veränderte Materialien und Einstellungen an der Maschine oder eben was auch immer. Aber letztendlich müssen durch diese Folgemaßnahmen die erreichten Verbesserungen auch wirklich abgesichert werden. Das heißt also, in jedem Fall muss sichergestellt sein, dass in jeder Schicht bei jedem Mitarbeiter die gefundene Lösung des Problems immer zur Anwendung kommt und damit das Problem wirklich dauerhaft abgestellt ist. Erst dann ist Ihr A3 abgeschlossen und mit Unterschrift des Verbesserers bestätigt. Dann können Sie es weitergeben, eben vielleicht in den Steuerkreis oder in der Teamleiterrunde besprechen oder eben archivieren und Ähnliches. Und jetzt verrate ich Ihnen noch ein paar Tipps für das Management der A3-Problemlösungen, denn auch hier gilt natürlich, dass man nur das managen kann, was gemessen wird. Also Beispiele für sinnvolle Kennzahlen zu Ihrem A3-Problemlösungsbogen. Wie viele A3s wurden denn im jeweiligen Team pro Monat oder pro Jahr oder welche Zeiteinheit Sie auch immer wählen, wirklich gestartet und wie viele wurden dann abgeschlossen? Wie viele davon waren denn auch erfolgreich? Hier bietet sich eben auch ein Kandabahn-Bot zum Beispiel an, bei dem Sie den Verbesserungsspeicher, also die offenen Themen, die A3s, die Sie gerade in der Arbeit befinden und die abgeschlossenen A3s einfach visualisieren. So verzetteln Sie sie nämlich nicht und fangen mit Ihrem Team tausend Baustellen an. Also Sie fangen ganz viele A3s an, den Kopf auszufüllen, was vielleicht ein Problem wäre, ohne ein einziges abzuschließen. Auch das habe ich in meiner Beratungspraxis immer wieder erlebt, dass man sich dann ganz leicht verzettelt, statt dass man mal eins wirklich fertig macht und ein Problem wirklich ernsthaft löst. Wie lange brauchen denn die A3s vom Start bis zum Abschluss? Visualisieren Sie die Durchlaufzeit der A3s mit einem Histogramm. Das gibt viel mehr Erkenntnisse als einen reinen Durchschnittswert. Also genau diese Glockenkurve aufzeigen, da gibt es ein paar A3s wahrscheinlich, die haben relativ lange Durchlaufzeiten. Manche sind eben ganz, ganz schnell, aber letztendlich ist die breite Masse irgendwo in der Mitte. Und das ist ganz tolle Einsicht eben, denn wenn Sie zu viele haben, die ganz schnell zu lösen sind, dann ist vielleicht die A3-Dokumentation, wie anfangs gemeint, zu viel des Guten. Sie brauchen vielleicht für die offensichtlichen Themen einfach nur eine kurze Tabelle, wo Sie das reinschreiben. Wie viele A3s braucht es denn eigentlich, bis alle Hindernisse ausgeräumt sind und eine Herausforderung gemeistert wurde? Also wie oft mussten wir diesen A3-Zyklus wirklich durchlaufen, bis in unserem Beispiel eben die Ausschussrate von 2,7 auf 2,5% wirklich gesenkt worden konnte? Diese Kennzahl ist deswegen so wichtig, damit Sie bei der künftigen Formulierung von Herausforderungen das Team auch nicht überfordern. Weil wenn Sie völlig utopische Ziele vorgeben, dann kommt ganz schnell die Resignation und sagt, das schaffen wir jetzt ein bisschen nicht. Also das würde ich auf jeden Fall vermeiden und deswegen eben daraus lernen, tatsächlich wie viele Zyklen haben wir denn gebraucht, bis da irgendwas auch wirklich tatsächlich besser geworden ist. Das sind kleine Schritte und kleine Erfolgserlebnisse besser, als wenn man drei Jahre lang rumprobiert und dann hat man vielleicht mal einen großen Hebel, weil dazwischen kann sich ganz viel Frust aufstauen. Sie sehen also, auch der A3-Problemlösungsbogen braucht ein bisschen Management. Und so bekommen Sie Ihre Abläufe Schritt für Schritt wirklich in den Griff. Und was Sie sonst noch alles so brauchen, um die Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen wirklich in den Griff zu bekommen, das ist Thema im nächsten Video. Wir sehen uns gleich. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.